Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 52 Jahre alten Mann, der zur Tatzeit 28 Jahre alt war. Er hat damals in Kastrup-Hauxel, also in der Nähe der Auffinderörtlichkeit, gewohnt. Wir wissen, dass er in der Vergangenheit schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Er ist zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Und einigen dieser Verurteilungen lagen auch massive Gewaltstraftaten zum Nachteil von ihm unbekannten Frauen zugrunde, die so eine gewisse Parallelität haben zu diesem Verfahren. Sie lag in einer Rettungszufahrt zu einer Grundschule in Dortmund-Rahm. Es war augenscheinlich, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Bei der Spurensuche wurden damals einzelne Folien bei einer Leiche gesichert, die wir heute wieder zu untersuchen bekommen haben. Wir haben an diesen Folien den sogenannten Einzelschuppennachweis angewandt. Und bei der Untersuchung dieser einzelnen Schuppen konnten wir dann tatsächlich ein DNA-Muster gewinnen, dass wir später einer Person, dem jetzigen, an den jetzigen festgenommenen Personen zuordnen konnten. Wir haben ihm gesagt, dass er vorläufig festgenommen ist, wegen des Verdachts des Mordes an Nicole Denise Schaller. Eine ganze Weile hat er im Grunde mich starr angesehen, kaum eine Regung gezeigt. Und dann irgendwann gesagt, er hätte keinen Mord begangen. Das war eine Situation bei Schallers, die im Moment, sie konnten es im Moment offensichtlich nicht so richtig verarbeiten. Sie waren teilweise erleichtert, wütend, traurig. Es kam alles irgendwo hoch. Aber ich denke, zum Schluss wird jetzt die Erleichterung überwiegen und vielleicht können sie dann, wenn die Sache abgeschlossen wird, dann auch für sich ein bisschen mehr damit abschließen, sofern man das kann nach dem Tod einer Tochter. Wir brauchen einen Monat uns quindi ein paar Beine 이동 an die 같아요. Wir brauchen ganz하게 Bewegung überde Angen und Lisbon w retiren. Wir brauchen auch heute nochmal eine Fremde. Wir brauchen vier, wir brauchen zwei Mögen 對啊, zwei, drei. Wir brauchen zwei, drei, fünf, drei. Wir brauchen drei, wir brauchen vier, zwei, drei, drei dazu. Wir brauchen zwei, drei, vier.